ja was geht youtube willkommen zurück zu meinem kanal ja egal heutiges thema die vermeldung das ist diese eine abschlussteil von dem job kunstgriff da hast du drei tage und die vermeldung ist der dritte tag in einer mission kompliziert erklärt aber naja gut egal woraus planen so ist es schief geht weil gefühlt meistens immer alles aber es gefühlt immer alles hier passiert wie gehen dem meistens immer hier so lange hier ist das ist auch immer die setzungen so scheiß also und hier ist leichten sagt direkt unter der treppe das ist aber scheiße bauen oder so eine leichte haben wir hier so durch oder so kanal wie man da hinkommt schließlich oben lang und da ist es einfach und ja hier ist der hauptteil dass hier an der couch was ist ein regal könnte was dann die auch an der couch das was dann aber auch dass ich jetzt nicht mal so viel zu machen also schön war das ist das bild nein spaß um let's go wie dürfte sich verkacken gibt sie in punkte ich habe keine äh coins mehr also wie das ist mir neu das wusste ich noch nie scheiß doch jemand war ich weiß welche schwierigkeit gerade das ist deswegen guck mal es ist immer hier oben das ist auch solche scheiße keine verbindung wir haben vier pages ich werde den einflächen gibt es kann machen oder man wie hier auf er wie wenig ich werde spiele der jetzt keine kamera oder doch ach keine ahnung aber es guckt immer hier oben und macht diese scheiß laser hat wichtig sehr wichtig extrem wichtig überlebt notwendig wichtig ja okay da kommt er schnell wieder raus sexy da wirst du fahren macht das nicht das ist dumm was ist hier denn das mache ich nicht naja guck weg ich muss hier ein quadratzentimeter absichern ich weiß nicht ganz viel los hier ist alles tödlicher gehe ich schwöre extrem gefährlich Kamera. Der hat der Gefühl keinen toten Winkel. Ja, ist okay. So, oh. Piep 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 piep, Junge. Ich bin ja fast wie ein Kranker. Piept auch mal alles rum. Ja, sag ich doch. Oh, Tablet. Lässt man aber nicht auf der Kante liegen. Oh, Handy. Handy. Drei. Läuft doch gut. Zwei Gegenstände noch. Die ich bestimmt nicht finden werde. Egal wo ich lang gehe. Ich werde die nicht finden. Piep piep. Scheiße. Geh. Ich muss sein. Geh. Nicht zu mir, bist du dumm. Geh weg. Oh ja, klar. Er bist du be... Oh. Nicht zu mir, ehe er kommt. Scheiße, jetzt steht er da unten. Ich muss sagen... Ich wäre das ziemlich beschissen. Oh. Scheiße. Scheiße. Ich hab so das Gefühl, das ist die Schwierigkeitsgrad normal. Moin. Kannst du dich mal verbissen? Ich muss da lang. Ja, ich weiß, man könnte ihn jetzt zu töten. Einsack und fertig. Aber... Ich hab meine vier Pächer behalten für Notsituationen. Weil die ganzen Gegenstände zu finden ist nicht alles. Das ist, sagen wir mal... 50% vom Job. Sind es danach noch... Gold oder Kokain? Ähm... Im Tresor schmuggeln. Und dann... Wenn... Man es für nötig hält... Dort das Gold mitnehmen. Hinaus! Ich bin weg. Genauso ne tödliche Ecke. Piep piep piep. Piep piep. Ja, Mann. Geh mich auf den Sack, Mann. Piep piep piep. Piep piep. Alter. Jetzt häng ich da fest. Zwei Gegenstände fehlen mir noch. Okay, Leute. Ah ja, dann hoffen wir mal. Das war der Shit. Schlessegade. Easy. Extrems wichtig. Nein, aber nicht ganz. Aber es war ein Raum. Wo ist... Matschallah. Ein Gegenstand noch wo? Nein! Nein, 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 nein. Fuck! Ich sitze in der Falle. Da müssen wir nachdenken. Wo kann ein Gegenstand noch sein? Guard! Hier unten? Ist er nicht. Wir haben abgesucht. Wo ist der Gegenstand? Wo ist dieser Dude? Küche. Oh, wir waren da oben noch nicht. Scheiße. Äh, ja, Leute. Wir machen einfach hier, ne? Und hier ist der Notfallraum. Wenn das schief geht, müssen wir da... Gefühlt die Stunde in der Stadt arbeiten. Oben noch nicht. Stimmt, da war ja einer. Da konnten wir da nicht hin. Wo bin ich richtig? Hier, die Ecke. Die Ecke. Die Ecke da war aber nicht. Scheiße. Scheiße. Das ist nämlich auch. Hä? Voll, voll daneben, Alter. Okay, jetzt aber jalli, jalli. Komm, 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 komm. Hier ist nichts. Kann das sein? Hier ist nichts. Wo ist das? Ist doch nur noch ein Gegenstand, Digga. Ich bin dir nicht. Einer fehlt mal. Ich bin dir nicht, Alter. Was ist das? Kannst du kein erzählen, man? Fünf Gegenstände brauchen wir. Einer fehlt. Ich bin dir nicht. Oh, Pakete. Lol. Boom. Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß nach oben. Oben bringe ich da gerade bei einer. Mensch, was ist das? Security. Das Ding ist, wir sind noch nicht fertig. Ich weiß echt, warum wir die fünf Gegenstände brauchten. Aber. Meistens ist das Handy immer so schwer zu finden. Aber na gut. Geht jetzt. Kameras gehen nicht. Warum nicht? Wie das? Wir haben noch eine Miene. Fuck. Ihr wirst gleich von da Sachen bekommen. Gleich. Innerhalb von einer Stunde. Kapi. Ähm. Jetzt ist es Zeit für Werbung. Also abonniert meinen Kanal, damit ihr nicht so was weiteres verpasst. Liked das Video, teilt das Video, teilt meinen Kanal. Glocke aktivieren. Ihr kennt das ja, das ist alles kostenlos. Über 90% aller Zuschauer von mir. Oh. Sind. Ähm. Nicht-Abonnenten. Und ich sag's immer noch, das ist übertrieben. Also das ist wirklich kostenlos. Jetzt halt nix. Nichts. Wirklich nichts. Ihr könnt spenden, müsst aber nicht. Link ist glaube ich in der Videobeschreibung. Keine Ahnung, muss ich gucken. Ähm. Auf jeden Fall ist das ganze kostenlos einfach. Perfekt. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Scheiße. Äh. Der versteckte Resort rum. Ja. 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 Das war das. Das war das. Das war das. Ja. 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 Das Ding ist. Wir können ihn aufmachen. Ja. Aber. Wir müssen aufpassen, dass uns keiner sieht. Beim Öffnen. Was geht der Alarm los? Quatsch an den Teffel. Please 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 please. Natürlich. Ne Wand. Stabil. Ey. Ich schwöre. Ihr wisst nicht, wie es am Anfang so schwer war. Tresor rum zu finden. Erstmal auf die Idee zu kommen, dass es hinter einem Bücherregal ist. Erstmal darauf kommen, Digga. Wir waren Tag 1, Tag 2 für dich. Wir waren froh, dass wir die Gegenstände gefunden haben. Da steht, er findet den Versteck. Tresor. Wieder daran zu zwicken. Wirklich keiner hat den gefunden. Bis ich mal auf die blöde Idee kam. Sexy. Zumachen, 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 zumachen. Und so. Du. Das. Meinte ich. Das. Meinte ich. Wärms verkackt. verkackt ihr wisst ich wie sehr sowas was er könnte es euch nicht vorstellen sowas ist nervig einfach nur nervig bist fast fertig verkackst es aber viele geben auf ich denke also let's go plan b wir sehen uns dann in 375 sekunden also bis später so wir haben es fast geschafft sind du noch 50 sekunden wir sind komplett das master komplett granate jungen 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 schön das war man ich kann es nicht im wort beschreiben wie sehr ich das hasse alter das ist unmöglich hier steht alles im weg niemand macht irgendwas und es hat noch 40 sekunden jungen jungen wir waren da gar nichts geschützt wie ich geh weg ich schwöre Ich hasse die Müsse. Ich hasse die, wenn sie so laut ist. Ich schwöre, ich hasse sie. Blankgranate. Da wieder. Alter. Das sind Sekunden und ich bin nicht irgendwie stumm, wie bei nichts vorangeht. Piss dich. Ah, sie sind zwei. Ja, komm. Nun geh weg. Geh. Ich komm nicht mehr zum Nachladen. Zwölf. Zehn Sekunden. Sieben. Sechs. Wetten ab, da wird es irgendwann scheitern. Oh mein Gott, Alter. Nein, 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 nein. Hey. Alle sind im Weg, Junge. Verpasst euch doch mal. Wofür habe ich ein Drexteam, wenn das nicht mal was macht? Ey. Oh, ich schwöre, ich. Piep, 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 piep. Geh mal ein bisschen jalla. Ey, wo stecke ich denn fest, Mann? Ey, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich mach das jetzt nicht. Also, ich soll sowieso fehlen. Also, von der... Tür mit Ö. Tür mit Ό. Auf morgens Carlo Bis dann zur Verfügung. Bis dann. Bis dann. Zus, bis dann. chau. Serv Herr糖. Bis dann. Bis dann. Bis dann.